äh moin youtube ja moin moin grüß euch wir gehen mal wieder ein kleines reaction video rein level 70 in der beta 15 fragen team von manas in der beta drin haben ein locker flockiges 8 minuten video hochgeladen wird natürlich direkt geliked vorher schon mal und ähm ja wir gehen mal rein hallo und willkommen zu einem neuen video der niko hat vor ein paar tagen in der tbc beta mit seinem jäger level 70 erreicht in diesem zuge habe ich ihm 15 fragen rund um seine reise gestellt wenn euch das ganze gefällt lasst uns doch super gerne direkt einen daumen sowie ein abo da in diesem sinne viel spaß beim video wie war das gefühl das erste mal durch das dunkle portal zu gehen das erste mal das dunkle portal ist natürlich immer immer geil muss man gestehen also klar man kennt das von von früher natürlich oder jetzt auch durch durch retail man kann ja prinzipiell alles genauso leveln deutlich schneller natürlich wie es damals war aber es hat was du wirst überwältigt du nimmst die quest angehst durch hellenfeuer halbinsel überall dämonen riesige dämonen am anfang ist brutal es hat es hat so richtig diesen nostalgie flash kam da an also es ist wahnsinn du spielst ein hunter wie bist du geskillt ich bin muss ich auch sagen auf den moment freue ich mich extrem endlich wieder durch dunkle portal gehen ich glaube alle die 2006 auch schon durchgegangen sind und bürger gespielt haben einfach legendär wie man da reingehen und dann irgendwie neue welt wie outlands irgendwie flugmounds usw das wird auf jeden fall legendär das ist auch so einer der punkte weswegen ich immer so klar beta ist schon schön gerade wenn man twitch macht aber wenn man am ende irgendwie bis zum launch von tbc keinen beta zugang hatte und das noch nicht gemacht hat irgendwie glaube ich fühlte sich noch geiler an aktuell beastmaster geskillt wir haben angefangen mit einer ja eher survival skillung aber eher nur zum testen das heißt ich bin jetzt nicht unbedingt dazu gekommen irgendwie großartig rum zu skillen questen oder instanzen wie hast du gelevelt so eine mischung aus beidem also wir haben angefangen mit den ersten quests dann sind wir weiter bollwerk und blutkessel natürlich da muss man aber natürlich auch mal die gruppen finden aber ja ich habe die höllenfeuer halbinsel zu 90 prozent gequestet zangermarschen nagrand und der netherstorm zu um die 50 prozent sage ich mal und der rest davon war einfach instanzen ration was ist bzw war dein lieblingsgebiet definitiv nagrand da habe ich mich auch immer noch nicht entschieden ob ich wirklich dann machen werde oder oder einfach so im vison oder mit dem kollegen hochlevel mal gucken schwierig keine ahnung kann ich gar nicht kann ich gar nicht einschätzen weil habe ich ja öfter schon gesagt ich habe so die befürchtung dass wenn ich nur mit dungeons hochlevel dass ich mir dann so dieses diese geile ja ja so diese geile start erfahrung so nehme weißt du du gehst du auf die höllenfeuer halbinsel so überall laufen leute rum also es ist viele leute ganken sich vielleicht schon aber am anfang ist es eher so man gankt sich eigentlich eher nicht weil man will ja schnell hochleveln und man hilft sich vielleicht auch eher und dann entstehen so kleinere kämpfe und dann sieht man da leute und ja schon so und so weit und wenn man irgendwie so stumpf direkt in den dungeon reingeht irgendwie für fünf level dann weiß ich nicht auf der anderen seite wenn man ja per dungeon auf level 70 hochlevel hat und das soll ja anscheinend nur bis level 66 gehen ungefähr dann ist man ja laut aktuellen dungeon log gelockt wenn man richtig durchsuchtet am anfang dann wird man wahrscheinlich nach dem ersten tag oder so normal weiter questen irgendwie und dann hätte man ja dann noch so diese outdoor erfahrung und weil man halt die ganze geschichte wegen ruf ja eh dann noch mal machen würde man würde ja dann eh auf der höllenfeuer halbinsel questen aber mit level 70 hätte man ja dann eben auch noch mal die kämpfe mit den anderen wenn ich so ein bisschen hin und her gerissen ehrlich gesagt wie ich das machen werde das aber da muss ich auch noch mal gucken wie sich das so entwickeln würde also wirklich keine ahnung wenn ich zum beispiel angenommen auf patchwork ne ich gehe durchs portal durch und sehe irgendwie der komplette server und jeder honk geht einfach in die dungeons rein irgendwie dann geht ja draußen eh nicht viel ab so weißt du ich meine dann okay dann ist es ja egal irgendwie wenn man auch selber reingeht aber das wäre noch mal muss ich noch mal gucken bin ich mir echt noch nicht sicher ganz am anfang eh nicht viel machen außer questen ich glaube wenn man zu release anfängt könnte man mit dungeon grinds vielleicht etwas mehr ruhe haben da ich schon denke dass die meisten questen ums alle gut umkämpfen ja ich glaube auch viele leute werden einfach normal hochleveln ich glaube dungeon grind wollen noch gar nicht so viele machen tatsächlich und okay ja gut layering ist halt auch wirklich die frage wie viele layers geben wird auf welchem server man spielt also die 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 erfahrung auf gehennas oder so oder auf dem größeren eu server wird natürlich eine andere als im deutschen bereich es davon war einfach instanzen was ist beziehungsweise war dein lieblingsgebiet definitiv nagrand also es hat sich auch in all den jahren retail nicht geändert nagrand ist und bleibt für mich einfach das schönste gebiet in ganz wo w sämtliche addons durch ich habe für mich persönlich einfach kein schöneres gebiet gefunden die quests sind stimmig es passt irgendwie einfach alles zusammen von daher umgebung brauchen wir ja gar nicht reden es ist nagrand bei nacht das mit das schönste was es in diesem spiel je gegeben hat was würdet ihr sagen was ist euer lieblingsgebiet leute gerne meinen chat gerade ihr wisst das video kommt wahrscheinlich auf youtube das ist immer so eine schwierige frage das ding ist ja nagrand ist auch so ein bisschen so diese standard antwort also das sagen sehr viele leute wenn man die frage stellt es ist schwierig irgendwie ich mag nagrand auch sehr gerne gerade so diese diese inseln die in der luft schweben wo man mit dem flug mount auf landen kann dann kann man da diese wasserfälle die darunter fallen das hat schon sehr viel irgendwie auf der anderen seite finde ich auch so gebiete wie das schatten mond tal irgendwie so diese düstere atmosphäre irgendwie oder auch nether storm mit diesen komischen mana batterien überall irgendwie und oder auch zum beispiel zangamarschen finde ich auch cool irgendwie weiß ich gar nicht ob ich so sagen würde dass es nahe gerade mein lieblingsgebiet wäre schwierig also ich für mich ist er zangamarschen eigentlich aber ja ein zangamarschen ist man halt auch nicht so oft ne da hat man irgendwann auch alle sachen gemacht irgendwie gut geht dann vielleicht nochmal für den raid content dahin in die mitte in diesen teich wo man da so runter geht zu den dungeons aber area 52 in der reihenfolge nagrand zangamarschen nether storm ja ja ich finde irgendwie auch schatten mond tal so von diesem von diesem brennenden legions feeling irgendwie finde ich auch irgendwie fast noch geiler aber schwierig kann ich so gar nicht beantworten kann ich gar nicht beantworten also in tbc gefallen mir so viele gebiete das einzige gebiet was mir überhaupt nicht gefällt ist schergrad also schergrad finde ich hätte man viel viel geiler machen können also schergrad ist finde ich ein fehlgebiet aber alle anderen gebiete sind eigentlich sehr gut gemacht und das startgebiet der der blutelfen das ist auch mega ja das ist einer der gründe warum ich schade finde dass ich keine horde spiele das schönste was es in diesem spiel je gegeben hat du bist mittlerweile level 70 mit deinem hunter wie lange hast du gebraucht gemessen an meiner classic playtime und der aktuellen playtime auf dem hunter waren es zwei tage und 17 stunden vielleicht kann man da aber auch die ein oder andere stunde noch abziehen also ungefähr zweieinhalb tage wobei man halt auch dazu sagen muss dass ich jetzt nicht irgendwie durchgerushed bin sondern ich habe mir schon meine zeit genommen will gar nicht wissen wie schnell es dann rekordtechnisch wird aber ja zweieinhalb tage kann man ungefähr mit einplanen wenn man sich ja nicht unbedingt zeit lässt aber einfach auch gemütlich aber auch ein bisschen effizient levelt natürlich aber meinte er damit jetzt quasi gerade playtime oder einfach so zweieinhalb tage so nach nach gefühl dass er zweieinhalb tage jetzt quasi gezockt hat einfach und dann war er 70 das wäre nochmal interessant gewesen ne er meint wahrscheinlich einfach zweieinhalb tage entspannt hochgelevelt oder würde ich sagen und nicht slash played ne oder aber keine ahnung also ich glaube beim release werden die hardcore leute auf jeden fall die werden 70 machen ohne zu pennen vermute ich ich glaube es playtime ok also ich glaube die hardcore leute werden wirklich lmgd und ersten kollegen von apes und so weiter ne ich glaube die werden einfach die werden ja also die werden safe glaube ich einfach einfach durchballen glaube ich pixel danke dir für den haus danke dir moin moin und ich persönlich wie wie ich weiß nicht wie lange ich brauchen werde zum leveln ich werde auch auf jeden fall so ein kleines event draus machen wir hatten ja auch sachen wie lang geplant und so weiter wird wegen corona wahrscheinlich nx vermute ich aber ich werde hat es mit plate errechnet okay gut okay also ich werde auf jeden fall durch ballern am anfang aber wie viele tage ich am ende brauchen werde mal gucken also das ist auf jeden fall kann man nicht vergleichen mit mit 1 auf 60 level ne das geht viel viel schneller der jäger ist zwar nur dein twink du hast aber trotzdem dein halbes t3 set voll gab es viele items welche du schon getauscht hast also selbst mit halbem t3 set was jetzt nicht unbedingt die kunst ist wenn man viel spielen kann habe ich tatsächlich relativ wenig items bereits ausgetauscht also sind dann größtenteils die in richtung t2 bwl aq geschichten die ich eben ersetzt durch neue und bessere items sowohl aus instanzen als auch von questen her da gibt es auch schon einiges an sehr gutem zeug aber ich glaube wenn man full t3 ist dann wird man vermutlich wenn überhaupt erst zu karasan seine seine sets austauschen das problem an der geschichte fand ich jetzt eher den set bonus oder die set boni anstatt die einzelnen items es gibt einiges an items die im grunde genommen etwas stärker sind während leveln als auch das t3 set an sich aber durch die bonus geschichte was da zusammen kommt also set bonus ist es dann doch einfach um einiges stärker als ein einzelnes teil auf jeden fall aktuell glaube ich habe ich vier items bereits ausgetauscht hast du die karasan prequestion fertig okay ja gut wird bei mir nicht so das problem sein mit meinem schurken bin ich level habe ich crabgear beziehungsweise gut ich werde mir noch das rang 14 geholen rang 14 gear muss man mal gucken hat nicht so die mega set boni aber ja ist auch relativ latte finde ich eigentlich also ich würde auf jeden fall jetzt nicht so sagen dass man irgendwie jetzt noch t3 farmen muss irgendwie auf krampf um entspannt hochleveln zu können oder so also wie er halt schon gesagt hat ne kann man relativ gut eigentlich austauschen auch relativ schnell nachher ähm da würde ich mir auf jeden fall wegen dir keinen Kopf machen und falls ja war sie schwer karasan prequest ist noch nicht ganz fertig schwer ist sie nicht wirklich kommt halt natürlich immer auf dem ausrüstungsstand an aber ich sag mal wenn man selbst mit t2 oder sowas in die richtung nach tbc geht sollte das absolut kein problem sein aktuell auf der beta ist natürlich eher die geschichte die leute zu finden aber ja schwer ist es nicht tera wie kamst du an den b ja karasan pre habe ich ehrlich gesagt gar nicht auf dem schirm gerade aber ja schwer ist das halt nicht das ist halt abgefahren halt ne muss in die innis rein und 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 ähm da halt am anfang jeder ne jeder will die karapre so schnell wie möglich fertig haben wird man halt so viele gruppen finden für die jeweiligen teile wird wahrscheinlich der world chat wird voll sein am anfang mit looking for kara den teil den teil den teil also das wird glaube ich am anfang überhaupt gar kein problem sein gibt es schon eine liste wo man sieht was die pvp teile zu pre patch kosten werden ähm ne also beziehungsweise wahrscheinlich sicherlich irgendwo aber ich habe jetzt gerade keine ähm im grönen genommen musst du dir vorstellen kannst du die sachen äh so ehre kaufen die man im bg farmt einfach und ja keine ahnung ist ist nicht so der mega aufwand du musst halt paar wochen immer dann bgs farmen so dann hast du das set voll die off teile und so weiter und ähm aber es geht eigentlich beta key vitamin b was 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 wie kamst du an den beta key vitamin b ne also ohne connections und klar definitiv ohne den channel hier hätten wir uns auch ja hätten wir auch länger gewartet wenn überhaupt du hast gesagt du war also beta key ähm ja freue ich mich auf jeden fall für das team von mana im rucksack dass die da drin sind mega coole geschichte habe ich dir auch schon gesagt auf twitch und weiter dass wir da auch jetzt hier im deutschen youtube bereich auch leute drin haben ne sonst hat man immer mehr so überwiegend twitch kollegen so in der beta gesehen von daher auch eine coole geschichte und äh ja mal gucken vielleicht klappt es ja bei mir mit dem key auch noch gucken wir mal du warst schon in ein paar instanzen welche klasse war dein lieblings tank das ist eine sehr gute frage und ich glaube das kann man allzu sehr noch nicht beantworten für mich klar mein lieblings tank pala tank werde ich ja dann auch spielen aber jetzt aus dd sicht die krieger die aktuell dabei waren gehen äh full biskir da rein also der großteil mindestens tf aber ja auch der paladin hat da definitiv seine vorteile und das wird mit sicherheit auch ein sehr häufig gespielter tank gehe ich stark davon aus aber ja auch mit dem druiden auch mit bär ist es absolut kein problem gewesen es lässt sich schwer pauschalisieren das natürlich wie erwähnt den unterschied zwischen druiden und kriegern und einem paladin bei horden paladin gab es nur die hochgeboosteten dinger das heißt da ist nicht viel gier am start und der rest war war relativ egal mit wem du da rein bist die sind alle ordentlich durchgefahren und dann ja halt auch so ein punkt fahrtabhängigkeit ne also im originalen tbc waren halt einfach viele main tanks von vielen gilden halt einfach krieger ne die hatten sunnerview die hatten das gear am start und so weiter und deswegen ist man eben auch mit vielen tanks wieder in tbc dann durchgestartet äh bin ich mal gespannt glaubt ihr dass es da irgendwie eine eine fetten meterschrift geben wird glaube ich ehrlich gesagt nicht ich glaube krieger werden auch die weiteren main tanks von vielen gilden bleiben ähm paladin haben auf jeden fall äh ihren platz so in gruppengeschichten ne aoe tanken auch druiden äh haben auch finde ich ein bisschen bessere aoe fähigkeiten es gibt ein paar ähm encounter wo man auch äh paladin tanks und druiden tanks im raid sehr gut gebrauchen kann aber äh ich vermute der haupt tank wird auf jeden fall der äh krieger bleiben ähm moin amina kolmon moin grüß dich mhm mhm geblings heiler in dungeons muss ich tatsächlich gestehen habe ich nicht allzu viel drauf geachtet lag auch hier natürlich daran dass der großteil der heiler die dabei waren t3 oder nux equipped waren aber auch die paladine die mit einem template da reingegangen sind es ist alles halber gewesen von daher war es eigentlich relativ egal wer gehalten hat da man vor allem für die hier mhm mhm ich glaube ich würde mich auf jeden fall am meisten immer über einen schamaten freuen mit windfury oder würde ich sagen mal schauen hansuri moin moin lohnt sich das rang 14 set zum leveln in burning raid äh ja ja ist auch einfach eine coole geschichte sich das gear am ende von classic zu erfarmen und gerade wenn man noch relativ wenig gear hat so in classic dann würde ich mir das auf jeden fall noch holen das werde ich auch machen mhm in der rurischen instanzen einen respektvollen ruf bei den jeweiligen fraktionen benötigt wie ist dein stand bist du zumindest überall wohlwollend durch das leveln und die dungeons geworden durch die mischung von questen und dungeon bin ich überall wohlwollend wird aber dann auch hier das dungeon leveln erstmal bevorzugen da du sonst echt probleme hinten raus mit dem ruf bekommen könntest das heißt dann grinden 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 wenn du jetzt nur dungeon levelst und im nachhinein die quest machst solltest du absolut kein problem haben mindestens respektvoll zu werden was hast du noch in der beta okay ja das ist halt das ding ne und man man will halt auch heroes machen ne und ah ja ja so die frage will man jetzt irgendwie den dungeon grind am anfang nicht machen äh einfach nur irgendwie aus irgendwelchen gründen und dann aber am ende hockt man dann irgendwie wochenlang in den indies irgendwie drin ähm nur weil man es irgendwie so rum gemacht hat ne ja schwierig ähm keine ahnung davor ich werde schauen dass ich auf jeden fall noch den übrigens an der stelle schon mal sagen mega cooles format finde ich oder so 15 fragen einfach äh mega cooles format gefällt mir echt gut paladin auf 70 bringe er eventuell hier sogar ein bisschen raid ready kommt aber natürlich auch äh aufs datum des pre-patches drauf an wenn der demnächst kommen sollte dann hat sich natürlich das auch erledigt weil dann muss ich den paladin natürlich auf live erstmal hochspielen und dann schaue ich ob ich eventuell das ein oder andere aus der community noch beantworten kann was äh bei mir eingegangen ist testen 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 warum hast du bis letztem auch interessanter punkt leute wann der pre-patch kommen wird ne äh spalten sich auch gerade die meinungen ne einige sagen ende april eventuell schon andere sagen äh ne ähm pre-patch kommt auf jeden fall erst am 18.05 äh ich halte ehrlich gesagt auch den 18.05 für realistischer ehrlich gesagt denn ähm ganz ehrlich also wenn jetzt gerade erst noch irgendwie neue beta wellen kommen ähm warum sollte man irgendwelche leute äh eine oder zwei wochen vorm pre-patch noch in die beta reinlassen irgendwie also ähm ich würd's mir wünschen ja wenn wenn tbc bald startet glaubt mir auf jeden fall aber ähm pre-patch vorm 18.05 kann ich mir nicht vorstellen level 70 gespielt ist nicht sowieso alles für die cats ja warum eigentlich ist ne sehr gute frage eigentlich ist es umsonst aber ja wir testen ja die beta einfach mal ein paar acs gehen die raids dann auch die woche vorbereiten beziehungsweise das heißt vorbereiten die raids mal testen auch ja videomaterial für unsere videos das ist eigentlich so das wichtigste aber ja eigentlich für die cats wo kann man deine beta reise das stimmt natürlich ne das ist natürlich sehr sehr angenehm wenn man ein beta key hat dann kann man sehr einfach momentan content machen das ist auch so mit einer der äh hauptvorteile gerade natürlich auch für youtuber die nen key haben von daher äh ja freue ich mich einfach dass die beiden kollegen da äh äh das machen können und moin salberg und moin was der wipe moin moin salberg was da los ey andere guild habe ich gehört man 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 aber äh bleibt auf patchwork ne immerhin moin moin holen wenn ihr bock auf ein bisschen beta habt dann schaut doch gerne bei uns auf twitch vorbei man im rucksack tv dort bin ich ein paar mal die woche online aktuell leider etwas unregelmäßig aber da kriegt ihr auf jeden fall das aktuellste zu sehen was wir auf der beta machen wie gerade erwähnt nehme ich auch gern anfragen von euch entgegen und schau dass ich so gut wie alles testen kann was ihr möchtet also ja wenn ihr bock habt schaut gern vorbei würde uns freuen vielen dank euch hast du genau und an der lehrstelle auch nochmal hier der link in den chat rein von dem video von mana leute lasst mal einen netten kommentar von die pfeiler da schaut mal vorbei wenn ihr Bock drauf habt mana und sein kollege echt sehr entspannte leute waren ja auch in der elefantenrunde und ähm wir werden safe auch in zukunft noch mehr sachen zusammen machen ähm ja bleibe hier nur guild eventuell nicht mal sehen ah ok 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 sehr schön zeitwerk müssen auch mal wieder eine runde quatschen moin jura lina moin moin so hast du viele bugs gefunden also am anfang gab es definitiv noch den ein oder anderen bug ob ich ihn als bug bezeichnen würde weiß ich selber nicht so ein eher eher fehler im im overlay oder ja wie soll man sagen im design also einen großen bug höchstens also so einen richtigen bug wäre der spielabsturz einmal in der dampfkammer beim zweiten boss beziehungsweise zweimal aus welchen gründen auch immer das würde ich jetzt mal als bug bezeichnen alles andere es gab nie wirklich was was mich äh von der quest oder von dem dungeon oder sonst irgendwas abgehalten habt wobei einmal gab es vielleicht ganz am anfang noch einen fehler wo du das bei der allerersten quest das blut nicht hast aufheben können aber ja es sind eher noch design fehler als irgendwelche wirklichen spielmechanik fehler all right ja schönes video vor den beiden das hat mir mega gut gefallen so diese fragerunde irgendwie echt eine gute idee ja schaut gerne mal bei malers kanal vorbei mit der kanal link in den chatter an der stelle ein guter youtube kollege von mir bing sch sous-tell bing 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 Untertitelung des ZDF, 2020